willkommen wir haben den 24 dezember natürlich eine weitere weisheit und auch die letzte weisheit denn heute ist ja der heilige abend und jetzt habe ich auch eine weisheit noch für euch den letzten spruch und dann ist es auch genug ist reflex noch so allein schaut die let's play live show sonst wird es zu ende sein und damit dankeschön dass ihr so fleißig beim adventskalender zugesehen habt und wünsche euch jetzt hier mit frohe weihnachten und wir sehen uns demnächst wieder macht's gut